fucking double kill das ist meine geschmolzen scheiße leute das war voll lustig er guckte in die ecke hat sich dann noch nicht mehr bewegt ich habe mich lehnen lassen können wiii wiii das ist ein CV das ist ein CV ich ich äh äh da vielleicht ich hab keine ahnung machen wir mal hier und hier hinne vielleicht hier hinne hier hinne ich habe keine ahnung von wo die kommen wollen äh werfen wir mal eins hier ab und vielleicht eins hier ab und hier hinne hier hinne hier hinne ach da drüben kommen sie schau mal an wenig money das ist natürlich äh super da keine beine die er hier auflegen könnte sehe ich nicht ja hier hier ja hier 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 ich könnte ja mal durch stoff schießen wie wärs damit das heißt mein geschützt ist natürlich auch vollkommen in die falsche richtung gedreht irgendwie wo 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 du sie sind bei hash zurück zu ihm meine fresse, kann ich mal nachher anders passen oder was da 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 werden Dale Maus was ist denn jetzt es ist nicht dein Ernst warum bin ich denn jetzt tot das ist nicht gerade die Sonne wenn wir uns nicht alles auf einmal machen wieder wer ist denn du sollst nicht sagen dass das bisschen was jetzt daraus geht tödlich ist ja wer willst du jetzt rollen verdammte hacke kann sein dass wir da hinten ein scheiß geschütz haben ich bin durch noch zu den shit jetzt danta hacke ok uhren vergleich 23 56 wir gehen auf dem gleichen weg wieder raus waffen runter aber schutzbereit machen wir uns bereit rein hilf ihm hinken erst schießen wenn du dir den weg auskämpfen willst wollen wir mal wollen wir mal hier 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 Der gehört nicht zu uns, ne? Das wir wissen welchen, welches hat uns gehört. Das wir wissen, was wir wissen. Ich habe den Schutz. Jeden war ich, Sir. Rechts. Was denn? Das da. Buh. 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 Eines macht Buh. Gauss-Kanone. Warthog-mäßig. Halo. Halo. Nuhahaha. Nuhahaha. Ich schieße auf das Eis. Nuhahaha. 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 nicht nach der Sonnigkei gemacht mit dem Schnee Tiefkühler dann soll das wir kommen von überall fucking Double Kill fucking Double Kill das ist das ist das ist Wahnsinn Geile Scheiße Erinnert mich irgendwie an Liga der außergewöhnlichen Gentleman oder sowas. Hey, Ruhrwerk. Es ist ziemlich weit im Feindgebiet. Wieso sollen wir sie jetzt einnehmen? Atlas produziert genug Treibstoff, um die Föderation für Jahre zu versorgen. Und wir wollen Atlas nicht einnehmen, sondern versenken. Also ich mir jetzt nur... Aber was hat jetzt bitte schnell das Raketenteil abgeschossen? Das war doch eigentlich die Aufgabe. Wir sind in Position. Ebenso. Das Bild kommt. Oh, eisig. Die letzte Patrouille nähert sich. Verstanden. Oh. Hm. Hm. Das ist voll. Wir sehen uns oben. Logan, Kamera einziehen. Okay. Sprengsätze platziert und alle wieder da. Dann wollen wir uns mal vorstellen. Auf dein Zeichen. Hol sie runter. Viva Pinata, Bitches. Hol sie runter. Aufschalten. Da, 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 da. Freie Bahn. Aber was hat denn jetzt bitte schon die Rakete abgeballert? Das war... Deswegen sind wir auch da gewesen. Flaschen weg und nach oben. Was? Moin. Danke. Nur zur Info, ich hab immer noch alles an. Ich hab immer noch mit Schwimmflügeln rum. Ich hab's mir nicht ausgezogen, während ich da rausgestiegen bin. Nein, nein, nein. Das ist für meine Mama. Das ist für meinen Papa. Und das ist für Onkel Jarek. Ich hab keine Ahnung, wer Onkel Jarek ist. Frist ein... Scheiße, ich wollte sie zurückwerfen. Oder Marfil. Ich bin Marfil. Wer, 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 wer weiß, was Marfil ist? Oder wer Marfil ist? Muss jemand sein, der Lisbeth. Ach ja, ich hab so viel... Apple War Pictures geguckt. Wuhu! Hm? Was? Kick? Der bringt ihnen aber nix. Weil ihr dies beschissen sind. Die bringen denen auch nix. Weil Verstattung beschissen ist. Hier sind Ghosts. Damit sind wir automatisch anmächig unbesiegbar. Oh Gott. Nehmen wir uns die Kollegen auch etwas mal. FAD. Fotografisch im Visier. Entschuldigung. Oh, die nehm ich mal mit. Soll ich noch? Ah, nehmen wir das mit. Also entweder ist die kaputt oder alle sind kaputt, wie es so aussieht. Was soll das, die Feind ist? Na egal. Tschuuu. Juuu. Hui. Schritt 1. Die Druckregulatoren ausschalten. Schritt 2. Die Feuerregulierung überladen und das Ding in den Boden machen. Achso, ich muss Geduld halten. Das sind meine beiden Pappis. Hey, versteck uns hinter diesen sicheren Fässern. Mach das mal. Ich bin der Seitenman. Oh, es muss über eine schnelle Entdeckung gehen. Hash, aufstehen. Wie darf nur der stumme, taubstumme Protagonist